Kikerleiner Einigung auf einen Sozialplan? Gratis Trinkwasser, ja oder nein? Und statt am Stettenerd Ulrike Königsberger Ludwig. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, M4 aktuell. Die Kikerleiner Geschäftsführung und die Betriebsräte der beiden Unternehmen haben sich auf einen Sozialplan geeinigt. Je nach Lebensalter, Dienstalter und familiärer Situation bekommen die von der Kündigung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr oder weniger Geld. Der Sozialplan umfasst unter anderem auch ein extra Zusatzbudget für Mitarbeiter mit sozial besonderen Umständen, sowie die Unterstützung und Organisation von eigenen Jobcoachings und Bewerbungshilfen für die Mitarbeiter. Sowohl Geschäftsführung als auch die Betriebsräte begrüßen die positive Einigung. Das für Leitungswasser in den meisten Gastronomiebetrieben mittlerweile Geld verlangt wird, das argumentieren die Gastwirte mit der Dienstleistung, die ebenfalls bezahlt werden müsse. Nun aber sorgt eine neue Trinkwasser-EU-Richtlinie für Aufregung. Die Werte fürchten, dass sie künftig für ein Glas oder eine Karaffe Leitungswasser kein Geld mehr verlangen dürfen. Die Wirtschaftskammer will aber, dass die Betriebe weiterhin frei entscheiden können, ob sie für Leitungswasser etwas verlangen oder nicht. Bereits im April lösten sich kleine Ziegelbrocken aus dem Gesims des Amstettner Rathauses, was eine Sperre des Gehsteigs entlang des Gebäudes in der Rathausstraße notwendig machte. Nun wird es umfassender Sanierungs- und Umbaumaßnahmen unterzogen. Insgesamt wurde vom Gemeinderat ein Auftragsvolumen in der Höhe von 600.000 Euro beschlossen. Der aufwendigste Teil der Renovierungsarbeiten ist wohl die Sanierung des zweiten Turms des Rathauses. Die besondere Form erfordert den Einsatz einer Spezialfirma und die Umbauarbeiten werden noch bis Ende 2019 andauern. Und in Anerkennung ihrer Verdienste um die Stadtgemeinde Amstetten wurde Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gemäß dem Beschluss des Gemeinderates der Ring der Stadt Amstetten in Gold verliehen. Über 18 Jahre lang prägte sie als Stadträtin für Kultur und Tourismus das kulturelle Leben in Amstetten und war Wegbereiterin für viele neue Veranstaltungsformate. Wie etwa die Frauenkulturwoche Ars Femina, die Amstettner Höflichkeiten F13-Veranstaltungen, das Tonheiter-Festival oder die Initiative Bunte Frauen. Wir gratulieren herzlich. Meine Damen und Herren, das waren Sie auch schon wieder die Informationen von M4 aktuell. Ich wünsche noch weiter gute Unterhaltung mit dem Programm von M4 TV, Ihrem Mausviertelfernsehen.